Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist die Geburtstagskampagne. Die Geburtstagskampagne ist der Klassiker der Marketingautomation und eine einfach zu integrierende Trigger-Mail. Der Auslöser ist hierbei das Geburtsdatum des Empfängers. Diese Kampagnen eignen sich besonders gut, um die Kundenbeziehung zu festigen. Geburtstagsmails erzielen meist hohe Öffnungs- und Klickraten. Jeder freut sich doch über einen persönlichen Geburtstagsgruß. Allerdings ist es wie bei der Geburtstagskarte. Dort erkennt man, wer sich Mühe gemacht hat und wer äußerst emotionslos die Glückwünsche übermittelt. Verstehe also dein Mailing als erstes als eine Art Geburtstagskarte. Laut Experian erzielen Geburtstagsmails im Vergleich zum klassischen Newsletter doppelt so viele Klicks auf die Call-to-Action-Buttons, also die CTAs. Sie erzielen fünfmal häufiger Käufe und die Kunden geben dreimal so viel aus. Du siehst, es lohnt sich also, über Geburtstagskampagnen nachzudenken. Nimm dir auf jeden Fall Zeit für einen persönlichen Text und kopiere diesen nicht unbedingt auf seinem anderen Mailing. In dem Text kannst du auch weitere Kundeninformationen neben deinem Alter, zum Beispiel auch die Stadt einfließen lassen. Zum Beispiel in Bremen knallen heute die Korken. Versuche weitere Informationen zum Kunden einzubauen. Neben dem Namen, was auf jeden Fall empfehlenswert ist aufgrund der Personalisierung, kannst du auch schauen, ob du eine Bildpersonalisierung unterbringen kannst. Früher war dies noch sehr aufwendig, da alle Bilder erzeugt werden mussten. Mittlerweile sind aber Text und Bilder in der Regel getrennt und die Personalisierung der Bildtexte ist sehr einfach. Allerdings starte ganz am Anfang einmal ganz einfach, indem du einfach nur in dem Text personalisierst. Beim Design solltest du auf jeden Fall beachten, ein eigenes Layout zu entwickeln, also eines, welches deine Unternehmensfarben enthält. Somit erzielst du auch gleichzeitig einen Wiedererkennungswert und hebst dich von den anderen Mailings ab. Sofern möglich, kannst du auch deine Testimonien jetzt in Feierlaune und bunten Geburtstagszubehör abbilden. Nutze auch beispielsweise Emoji-Symbole, wie eine Torte oder ein Geschenk in der Betreffzeile, um höhere Öffnungsraten zu erzielen. Allerdings unterstützt nicht jeder Client jedes Symbol. Daher teste auf jeden Fall vor dem Versand die Betreffzeile in verschiedenen E-Mail-Clients. Du solltest bereits in der Betreffzeile und im sogenannten Preheader auf das wartende Geschenk hinweisen. Vermeide allerdings Spamwörter in der Betreffzeile. Das Geburtstagskind sollte im Vordergrund stehen, das ist besonders wichtig. Daher verzichte auch auf kleinteilige Newsletter mit zig Produkten. Geburtstags-Mailings sind fast immer sehr einfach gehalten und bieten keinerlei Ablenkung. Also es geht hier wirklich um den Fokus. Versuche immer nur ein Ziel zu kommunizieren. Das Ziel soll natürlich am Ende der Verkauf sein, aber in der Mail selber gilt es den Kunden zu feiern und nicht dich oder das Unternehmen. Die Geschenkoptionen sind auch vielfältig. Der Klassiker ist natürlich ein Gutschein. Achte darauf, dass dieses Angebot besser als die Standard-Gutscheine sind. Um einen größeren Wow-Effekt erzielst du umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Empfänger Freunden und Familien davon erzählen. So kannst du auch die Netzwerkeffekte nutzen und vielleicht günstiger als die Werbekosten neue Kunden gewinnen und Umsatz generieren. Das größte Problem der Unternehmen sind allerdings ja immer noch die Neukunden. Diese sind in der Regel sehr teuer zu akquirieren, im Gegensatz zu den Bestandskunden. Weitere Auktionen wären beispielsweise Gutscheine vor Ort, ein kostenloses E-Book oder eine Produktprobe, sowie ein spezieller Angebotspreis für einen Artikel. Hier könntest du auch ein Produkt nehmen, was der Empfänger zuletzt angesehen, auf dem Merkzettel oder sogar gerade im Warenkorb hat. Generell empfehle ich immer den Gutschein. Dieser ist am einfachsten zu realisieren und spricht die meisten Leute an. Sofern möglich, achte darauf, dass der Gutschein nur einmal eingelöst werden kann, damit dieser auch wirklich exklusiv ist. Sei dir bewusst, dass du am Geburtstag mit einer Menge anderen Marken konkurrierst. Daher teste verschiedene Versandzeitpunkte, wie beispielsweise direkt um 12, aber vielleicht auch um 23.59 Uhr, um der letzte gratulant zu sein. Einige versenden auch eine Countdown-Mail bis zum Ehrentag. Allerdings solltest du hier natürlich keine Glückwünsche aussprechen oder eine Mail am Vorhaben, dass der Empfänger jetzt bereits sein Geschenk auspacken kann. Eine Alternative wäre auch ein Glückwunsch zum halben Geburtstag. Eine nachträgliche Geburtstags-Mail solltest du, wenn überhaupt, nur im geringen Rahmen vorab testen. Du kannst auch einen Reminder erstellen nach x Tagen, um den Kunden an die Einlösung seines Geburtstagsgutscheins zu erinnern. Häufiger sieht der Empfänger die erste Mail auch nicht, da dieser am Ehrentag im Posteingang neben all den anderen Mails natürlich untergeht. Ich meine, denke einmal an deinen Posteingang, wenn du Geburtstag hast, wer dir dort alles schreibt. Auch der Absender der Nachricht kann diese persönlicher wirken lassen. Der Absender könnte die Geschäftsführung oder andere Teammitglieder oder sogar das ganze Team mit einem Geburtstagsfoto und einer Signatur sein. Dies lässt die Grüße persönlicher wirken und hat damit Einfluss auf die Kundenbindung. Aber was machst du, wenn du das Geburtstagsdatum nicht kennst? Hierzu sehen wir uns gleich auch einmal ein Beispiel an. Hierzu benötigst du eine sogenannte Nachprofilierungskampagne, um deine Daten zu veredeln. Du kannst zum Beispiel den Kunden zum Nicht-Geburtstag in einer Mail gratulieren. Leider kennen wir dein Geburtstagsdatum nicht. Verrate es uns doch, wann dein Ehrentag ist. Dafür erhältst du 10% Rabatt. Den Code erhältst du direkt im Anschluss, nachdem du dein Geburtsdatum eingegeben hast. Allerdings habe ich auch schon häufig die Erfahrung gemacht, dass man diese Daten kostenlos erhält, sofern man den Grund nennt, also den Kunden mit einem exklusiven Geschenk zu überraschen. Das reicht in der Regel, denn Kunden sind durchaus bereit, Daten zu geben, wenn man ihnen den Sinn und Zweck dieser Datenhebung erklärt. Sofern du einen flexiblen Platz auf der Webseite, im Kundenkonto oder Mailing hast, kannst du den Empfänger von Zeit zur Zeit fragen und erinnern. Lasst uns einmal noch mal einige Beispiele anschauen aus der Praxis. Das finde ich besonders wichtig, dass man mal so einen kleinen Vergleich hat. Schauen wir uns einmal die erste Kampagne an. Hier haben wir eine Kampagne von Subway. Was mir hierbei besonders gut gefällt, ist natürlich auch, dass dem, sage ich mal, den Geburtstagsempfänger suggeriert wird, hey, auf dich wartet dein Geschenk und kriege jetzt dein Geschenk. Und dort, hier siehst du natürlich das Beste, natürlich zum Beispiel hier gibt es einen Free Cookie. Und in der Regel gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich ja sagte. Also es kann ein Gutschein sein, um ihn im Webshop einzulösen, aber es kann natürlich auch sein, wenn du ein stationäres Geschäft hast, um diesen Gutschein direkt vor Ort einzulösen. Schauen wir uns einmal ein zweites Beispiel an. Hierbei wird bei Hulu mit sogenannten GIF-Bildern gearbeitet. Also immer wieder sich wiederholende kleine Bildchen. Das könnte auch relativ gut ankommen. Du musst natürlich gucken, wer deine Zielgruppe ist. Wie gesagt, nicht bei jedem kommen solche kleinen GIFs an und einige sind sogar recht genervt von diesen GIFs. Aber letztendlich, ich als Seinfeld finde diese Kampagne sehr gelungen. Schauen wir uns nochmal eine an. Und hier kommt das, worüber ich vorhin schon gesprochen hatte. Du sollst auf jeden Fall auch dieses Geburtstagsfeeling transportieren. Hier geht es darum, bei Puma um die Kampagne. Und Puma feiert erstmal Hip Hop Hooray. Und es gibt 20 Prozent auf deine nächste Bestellung. Aber schauen wir uns einmal den Newsletter an. Denn Puma transportiert hier hervorragend sowohl ihr Logo und ihre DNA, als natürlich auch das Thema der Party greift es hervorragend auf mit diesem Motiv. Als nächstes haben wir einmal diese sogenannte Nachprofilierungskampagne. Das heißt, wenn du das Geburtsdatum deines Kunden noch nicht kennst, dann könntest du ihm zum Beispiel einen gesonderten Newsletter schicken und ihm sagen, hey, du bist nur einen Schritt entfernt von der Belohnung zu deinem Geburtstag oder wir haben ein kleines Geschenk für dich. Können dir es aber leider nicht zustellen, weil wir nicht wissen, wann du Geburtstag hast. Dies wird hier in meinen Augen von You Rewards sehr schön umgesetzt. Hier siehst du es beispielsweise. Sag uns, wann dein Geburtstag ist und wir senden dir einen 5 Euro Reward Cash for your Big Day. Also, wie gesagt, probiere gerne auch diese Kampagne aus. Denn das ist das Wichtigste, dass du immer eine gute Verteilerliste hast und möglichst viele Informationen um den Kunden, um diese dann auch zu bespielen. Hier gibt es nochmal ein anderes Beispiel, was ein bisschen außergewöhnlich ist, aber hier geht es letztendlich auch nicht um den Kunden an sich, sondern eigentlich geht es dort hier um den Hunden. Und so ist es natürlich verständlich, dass hier einfach dann einfach mal der Geburtstag des Hund gefeiert wird und nicht des Kunden an sich. Was ich, wie ich finde, auch eine wunderschöne Umsetzung ist des Ganzen. Hier seht ihr beispielsweise auch nochmal ein Angebot und dort kann der Hundebesitzer dann zum Ehrentag von seinem Hund natürlich auch nochmal ein schönes Geschenk, sage ich mal, erwerben. Und als allerletztes, zum Abschluss möchte ich euch noch eine Kampagne zeigen und das ist meine Empfehlung. Diese Kampagne habe ich selber auch umgesetzt. Sie ist super einfach umzusetzen. Nehmt euch diese Kampagne, münzt sie um auf euer eigenes Unternehmen, auf euer Produkt und schauen wir uns die einfach mal an. Hier oben seht ihr Happy Birthday from Pizza Hut. Make a wish. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sag, du hast deinen Wunsch frei oder sag uns deinen Wunsch. Jetzt sehen wir, dass wir nach unten scrollen. Hier steht auch schon, scroll down to see if your wish come true. Und jetzt, wenn du nach unten scrollst, siehst du langsam, hey, dein Wunscher ist in Erfüllung gegangen und hier am Ende siehst du dann das Geschenk letztendlich. Und meine Empfehlung an dich lautet, was du sofort umsetzen kannst, nimm dir diesen Newsletter und setz ihn, wie gesagt, im Look and Feel deines Unternehmens, deines Produktes um mit einem wunderschön runterscrollbaren Newsletter. Du kannst auch durchaus das Look and Feel beibehalten und vielleicht tauschst du einfach nur jedes Jahr so ein bisschen die Grafiken wieder aus, aber letztendlich die Idee kann immer noch die gleiche bleiben. Das heißt, dass durchaus ein Empfänger, der letztes Jahr schon eine Geburtstagsmail bekommen hat, diese Art, dieses Jahr auch wieder eine bekommen kann. Und letztendlich finde ich diese Kampagne sehr gelungen. Wie gesagt, ich selber habe sie auch umgesetzt, habe große Erfolge damit gemacht für die Geburtstagsmailing-Kampagne und sie ist auch relativ einfach umzusetzen. Also schauen Sie die einfach mal an und probiere sie selber aus. Viel Erfolg und viel Spaß damit und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.